Wie kommt Bauer sucht Frau Max Annas Tochter klar? Kann Max gut mit Kindern umgehen? Der Hobby-Lanzwirt hat in der diesjährigen Bauer sucht Frau Staffel seine große Liebe gesucht und gefunden, die Saarländerin Anna konnte ihm von Tag 1 an ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Inzwischen harmonieren die beiden auch im Alltag gut miteinander. In Annas Leben spielt aber noch eine weitere Person eine große Rolle, ihre Tochter Emmy. Doch wie kommt Max mit der Kleinen zurecht? Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde ließ Anna durchblicken, dass der 27-Jährige sehr liebevoll mit ihrer Tochter umgeht, wenn Max da ist. Bin ich abgemeldet? Die 25-Jährige erzieht die Kleine seit rund drei Jahren zum Großteil allein. Wenn sie etwas unternehmen möchte, lege sie das meist auf die Tage, an denen Emmy bei ihrem Vater ist. Und sonst sind meine Eltern und generell meine Familie eine Riesenunterstützung. Fügte die angehende Erzieherin hinzu. Doch sind auch schon gemeinsame Kinder ein Thema? Im RTL-Interview mit dem Bauernreporter Ralf hatte Max zumindest angedeutet, Dass er sich irgendwann Nachwuchs vorstellen könne, alles, was ich mache, mache ich generationsübergreifend mit der Landwirtschaft. Da sehen wir mal, was in den nächsten Jahren kommt. Zunächst wolle er jedoch die Zweisamkeit mit Anna genießen. Untertitelung des Heimers